In Dooling, I was did my plane for just the school they go out. It was the entire building. Doch hat das für den alten Rego als Krieg gereiht und dann macht ihr es mir leicht mit dem 11. September. An euren Falten hat sich gar nichts geändert. Zwei weitere Länder legt ihr gleichsam in Eisen für den Krieg im Irak mit gefälschten Beweisen. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das selber in die Welt gebracht? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Und habt ihr dabei an das Geld gedacht? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Wie eine Wahl im Pentagon, dieses 5 Meter Loch hindert sich angeblich ne Boeing-Vertroch. Auf die Frage, wolloch die für Bienen-Fabrik war die Antwort der Aufschlag, als sie pulverisiert. Doch wie eruiert man aus dem Pulver demgleich nicht? Ein Anteil in der Nikäten von über 100 Reisen. Warum zeigen sich keine Fragen? Heiler auf dem Rasen, verbeterde FBI, was die Kamera sah. Warum ist auf dem Fach öffentlichen Kamera-Frame, denn kein einziges mag eine Boeing zu sehen? Und was ist mit dem Erdbeben, das Columbia Mist? Was turnt sich im Zusammenhang mit Spanien benutzt? Wird es noch niemals so hoch aus, egal wie schwache Bank er zusammengefallen? Wie die Grad World Trade Center. Der Stahl hat sich verbogen, ist doch nicht glatt gelogen. Warum schwebt denn der Tod raus, dann im freien Fall zu Boden? Ja, das Dichtsklaft zusammen wie ein Kartenhaus. Und nur Patron, der Wunderschwurm, da hinterher auch. Und was taucht denn eigentlich die Neidler, die komischen? Wie viel zu was, außer den Leuten hier die Augen zu wischen? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr uns selber in die Welt gebracht? Oh yeah, ja, ihr hattet doch da auf diesem Ding klein. Wir sind drinnen, dass ihr daran dieses Ding denkt. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Und habt ihr dabei an das Geld gedacht? Oh yeah, habt ihr dafür die eigene Leute getötet? Weil ihr dachte, dass wir den Rüben sollten nicht benötigen. 2050 hat Erdölverbrauch und ihr seid ja vernünftig. Und dann merkt ihr auch. Ja, ihr steht auf dem Schlauch, denn ihr braucht doch so viel. Also geht ihr und saugt aus dem Boden, da Öl. Man kann ihn verspähen, euren drastischen Plan. Denn am kaspischen Meer geht noch mehr vor dem Kran. Doch man kommt da nicht ran, bis zum O-Tieren. Ist ein Land, doch im Weg, ja Afghanistan. Da hausten Taliban, wie meine Freunde waren. Doch weil sie böse waren, leider nicht mehr heute, Mann. Es müssen Bomben fallen, aber man will ja gescheit sein. Und bitte Grundstein für die Erdölbahn. Das bleibt extrem, muss man kurz mal erwähnen. Und nehmt euch das Öl noch von Saddam Hussein. Doch spätestens jetzt muss man sehen, dass er doch zu dem Einschutzt von Trade noch am wenigsten kommt. Und so fangt ihr an, wie wir rechnen kriegen. Weil ihr euch so die Wahrheit zum Rechten biegt. Und ihr biegt euch in Sicherheit bis allen auf Rast. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr euch selber in die Welt gebracht? Oh yeah, ja, ihr hattet doch da noch diesen Ding dran. Ihr seid wenn, dass ihr da dieses Ding dran. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Und habt ihr gerade bei einem Selbst gedacht? Oh yeah, ja, das wird die eigene Leute getötet. Weil ihr das vielleicht selbst gemacht? Und ihr habt ja auch da noch diesen Ding dran. Insofern habt ihr da noch diesen Ding dran. Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Und habt ihr aber ja noch Geld gedacht? Oh yeah, habt ihr das für die eigenen Leute getötet? Weil ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das vielleicht selbst gemacht? Habt ihr das vielleicht?